Hier sehen wir das Hotel Victor, direkt neben der Versace Villa. Das ist das Nachbarhotel von der Versace Villa. Am Außentag direkt. Überall Spaß, Cafés, Restaurants, da geht es abends richtig schön ab. Und hier, ich glaube das ist am Außentagreif, das meist fotografiertes ist der Hotel. Eingang, was es gibt, die Versace Villa.